Das macht ja nur Spaß, wenn du wirklich gegen viele spielst und die müssen ja dann doof sein. Das stimmt irgendwie. Oder du halt wirklich... Story of my life. Oh, oh, guck dir diese Kiste an! Da hat sie nicht mit gerechnet, die Kiste. Nicht wirklich. Da hat sie sich so schön neben dem Wachmann versteckt, aber keine Chance. So, guck mal, lauf mal über die Schusswaffe, die am Boden liegt. Nimmst du die automatisch auf? Ja. War da ihn tot? Kannst du nicht diesen Max Payne Sprung machen? Ja, mach den Max Payne Sprung! Ja, richtig! Geil! Ich weiß nicht wie... Mach ihn doch halt! Ja! Jetzt wird keiner mehr da! Ja, so, Peter! Du kannst mal, mach ein bisschen an. Ich hab' ein bisschen was für mich. Ja! 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 Ja, nein, das war, das war ans Glas springen. Ja!